und dann kommt mit einem mal musik das sind die djimken die ihre triften während der nacht am ternpfahl festbinden müssen aber gott weiß wann die schlafen bei tage rudern sie und singen und bei nacht singen sie auch ihr feuerchen brennt und dann liegen sie ringsum einer spielt die harmonika und sie singen da hört man auch schon das hübsche liedchen meine tochter simonene das jeder kennt in preußen wie im russischen drüben ja ja die simonene die zu einem knaben kam und wußte nicht wie das kann wohl mancher so gehen aber der knabe ist schließlich ein hetmann geworden wenigstens hat die simonene es so geträumt der villus muß ein pfarrer werden bittet die indre schmeichelnd zu ansass empor der villus wird ein pfarrer werden sagt er ganz feierlich und die indre freut sich denn was in solcher stunde versprochen wird das erfüllt sich gleichsam von selber so fahren sie an dem floß vorbei und bald kommt ein nächstes darauf spielt einer gar die geige und die andern singen unterm ahorn rinnt die quelle wo die gottes söhne tanzen nächtlich in der mondenhelle mit den gottes töchtern ansass und indre singen mit die djimken erkennen die frauenstimme und rufen ihnen einen laps vakars zu zum dank für den gutenachtgruß will ansass ihnen was freundliches antun und läßt sich die mühe nicht verdrießen das segel einzuziehen und an dem floß anzulegen nun kommen sie alle heran es sind ihrer fünfe und der jude dem die trifft gehört kommt auch ansass schenkt jedem etwas von dem rosenlikör ein und sie erklären so was schönes noch nie im leben getrunken zu haben und dann singen sie alle zusammen noch einmal das lied von den gottestöchtern von dem ring der in die tiefe fiel und von den zwei schwänen die das wasser getrübt haben sollen zum abschied reicht ansass allen die hand und die indre auch und der jude wünscht ihnen noch hundert jahr und dann singen sie alle zusammen